Schokolade So, Servus Leute Zu meinem ersten Let's Play Minecraft Und zwar habe ich jetzt endlich alles was ich brauche und wollte Hier brauche ich gleich mein Bett hin, du kannst nur nachts schlafen Und zwar habe ich heute etwas wirklich Gutes gefunden Ich habe leider etwas verwechselt mit Aufnehmen und Pause Das heißt, ich habe schon ein Video gemacht aber leider wurde das nicht aufgenommen weil ich das Programm erst neu habe und bin damit irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen Anders gesagt, ich hatte ein paar Probleme damit Jetzt hoffe ich aber, dass es funktioniert Auch mit dem Ton und so weiter Und zwar habe ich eine wunderschöne Höhle gefunden Vielleicht hört sich das pervers an Vielleicht hört sich das pervers an Aber ich habe irgendwie eine Höhle gefunden wie ein Drilling Und zwar habe ich hier eine Höhle eine Schlucht Dahinter geht es dann zu noch einer und gleich neben mir ist noch eine Also so Ihr müsst euch vorstellen wie ein Y Das da der Strich ist Und hier gehen zwei noch war oben Alter, so viele fliegen vor meinem Bildschirm So Und zwar habe ich gerade hier die dritte ausgewählt weil Hier gibt es schon Gold Hier gibt es auch Lapiz schon Und ich war etwas überrascht dass hier unten schon so viel Zeug gibt Also Gold und so Und jetzt muss ich einfach nur noch ein bisschen abwarten Jetzt muss ich nichts mehr abwarten Bis ich hier das habe Eisen Habe ich dann auch gleich Und zwar spiele ich jetzt noch kurz friedlich Also ohne Mobs Warum? Weil ich jetzt erstmal gerade eben diese Höhle gefunden habe Und ich mache es immer so Ich suche erstmal meinen kleinen Standort Und wenn ich den dann habe Wo ich dann auch respawnen kann Ähm Mache ich das Also mache ich dann wieder mit Zombies Ähm Bevor ich dann in so große Höhlen oder so gehe Weil ich bin es doch etwas schon lange auf der Reise gewesen Das bedeutet Ich bin Ähm Würde es total ewig lang dauern Bis ich jetzt wieder Wenn ich sterbe Dass ich dann wieder zurückkomme Und es würde einfach zu lange dauern Und schneiden bringt nichts Weil ähm Ja Da gibt es noch einige Probleme So Dann habe ich es auch gleich hier schon mal Dann kann ich eigentlich auch hier gleich das Kohle wieder Die Kohle abliefern Äh das Gold Ich sage auch immer schon wieder Gold Äh Gold Mann Mann So Hier Äpfel nehmen wir gleich mit Hier lassen wir mal alles Die ganze Scheiße da Leder kann ich noch benutzen Hier das auch Eisen ist noch nicht fertig Ach weißt du was mache ich gleich Machen wir gleich noch einen Ofen Wups Äh Jawoll Stell mich Stell ich dann auch gleich da hin Und da tue ich dann schon das Essen mal rein Hier nehme ich mal ein bisschen Kohle weg Jetzt tue ich das mal hier rein So Ähm Als erstes könnte ich mir natürlich eine Hose machen Achso Ja so Genau Lederhose Wie die echten Bayer Puff Sieht jetzt irgendwie so aus wie ein Rock Aber sogar ein ganzes äh ein ganzes Ding Ah hier sind schon wieder Fledermäuse Klar also wirklich Ich kann es auch jetzt Ich kann es euch jetzt auch gleich zeigen Ähm Hier ist auch gleich Geht es die zur zweiten Und da hinten ist auch gleich die dritte Soll ich die tot schlagen Sieht jetzt ein bisschen brutal an Aber ich glaube ich erwische die gar nicht Boah Boah die sind aber flott Oh nein ich habe eine erwischt Ui Kriege ich da was? Ne ich habe da nichts bekommen Jedenfalls ich habe es gerade geschafft eine zu töten Uhuhu Komm hau mal ab du fliege Also ich habe mir irgendwie gerade total gefliegen Hier vor meinem Bildschirm Es geht mir jetzt etwas auf den Sack Genau ähm Hier die Quietschen auch irgendwie ein bisschen Oh jetzt komm jetzt bist du eingekesselt Jawoll Erwischt Ne von den kriegt man wirklich nichts Ich habe jetzt gedacht da bekommt man irgendwas cooles Oder Naja nichts cooles Sondern irgendwie einfach so Irgendwas halt Ähm Jetzt baue ich mich schnell hier hoch Das hier ist Noch gar nicht Das ist immer noch Genau hier seht ihr es gerade Hier eins Und hier Nummer zwei Ich dachte hier das wäre dritte Aber das sieht jetzt irgendwie Äh nicht so gerade so geil aus Ähm Dann werde ich gleich hier Schau mal das Eisen hier auch sofort abbauen Duft Zü Bruch So Nach etlichen Tests hat es Tests Hoffe ich dass es jetzt endlich mal hinhaut Dass ich Au Boah das Okay mit Flaps habe ich schon die einige Probleme gehabt Also habe ich schon einige Probleme gerade Das leckt ein bisschen Ah ja genau hier ist das dritte Wenn ich jetzt nicht Ja Hier ist die dritte Äh und da war ich noch gar nicht drin Dann würde ich sagen gehe ich gleich in die dritte Ihr wart da auch noch nicht drin Oh shit jetzt muss ich ein bisschen aufpassen Dass es nicht zu sehr leckt Dass ich jetzt irgendwo runter falle Das ist nämlich ein bisschen doof Und hier ist es auch schon wieder passiert Ey komm Ja das ist schon äh Geht auch wieder ein bisschen auf den Zeiger Dass es hier schon wieder leckt Ich glaube ich muss mich dann doch für Camtasia entscheiden Boah komm Ich fall jetzt gleich hier ins Lava Wenn es nochmal so weiter leckt So Ja das sieht wirklich groß aus Ist es glaube ich auch Ah Mist ich habe keine Kohle dabei Kein Holz Na super Hier ist Redstone Also ich bin wirklich doch in so einer Ebene Hier ist auch wieder Gold Ich bin doch tatsächlich in der Ebene Wo hier schon Diamanten Redstone Gold Und Lapiz ist Hätte ich nicht gedacht Dass es doch so weit unten ist Diese Höhlen Oder dass die so groß sind Aber Perfekt Dann wäre es wirklich Oberhammer Dass hier dann noch eine Höhle wäre Mit einer Mine drin Warte wo war das Redstone hier unten Wir haben hier ein bisschen Licht Bäue ich dir auch noch gleich das Eisen ab Ähm Und was kann ich denn noch sagen Äh genau für alle die die kein YouTube Account haben Also die mich vielleicht gerne abonnieren würden Und mehr Videos sehen wollen Also sofort mitbekommen wollen Und dafür kein YouTube Account haben Habe ich die Lösung Und zwar habe ich auf Facebook Und zwar habe ich auf Facebook ein Account natürlich Da könnt ihr mich adden Der Link ist in der Beschreibung Ihr müsst mir einfach sagen Ja bla 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 wer ihr seid Und dann lade ich euch in so eine Gruppe ein Ähm Da stelle ich dann auch alle meine Let's Plays drauf Das ist ja wie gesagt wie abonnieren Und hier ist gleich eine Wasserkammer Okay Hier ist wieder Redstone Unmengen Und hier ist Gold Unmengen Also alter was geht hier ab Ach das ist so ein bisschen scheiße jetzt Dass das so dunkel ist Und so leckt Bin ein bisschen enttäuscht über Fraps Das hätte Also auf den Videos Wo ich das Tutorial geguckt habe Sah schon besser aus Also hat es nicht so geleckt Also komm Standbild gerade Ich hoffe dass mein Minecraft gerade nicht abgestürzt ist Hallo Ach muss das jetzt sein bei meinem Let's Play Komm Ähm Ey was ist da los Ja wahrscheinlich abgestürzt Oh man Muss ich mich so an die Stirn fassen ey Das gibt's doch nicht Muss das jetzt passieren Echt Oh komm Das gibt's doch nicht Was ist da los So ein Mist So ein Mist Naja okay Dann muss ich leider wegen diesem Ups Die Aufnahme stoppen Ähm ich hab vor die Aufnahmen 15 Minuten lang zu machen Ähm Was jetzt leider nicht hin gehauen hat Und werde ich dieses Video Ich werde jetzt dieses Video hoch stellen Wenn ich's noch schaffe kommt's heute hoch Ähm dann bekommt ihr auch morgen noch ein Video Wo ich hoffe Ah das regt mich jetzt gerade ganz schön auf Tut mir leid aber ist leider so Wen regt das nicht auf Hier aufgehängt hat sich Ich kann gar nichts mehr machen Also muss ich leider diese Aufnahme stoppen Ähm ja Und Da ich diese Woche leider in Berlin bin Dann kann ich dir über den Fähren über nichts machen Ich habe aber vor jeden Tag ein Let's Play Video hochzuladen So mehr muss ich jetzt eigentlich nicht sagen Das nächste kommt dann schon morgen Also heute mach ich jetzt sofort danach Aber morgen ist wahrscheinlich auf Youtube und Facebook